Die HABETH P3 ESRSE ist einer meiner absoluten Lieblingslautsprecher. Wahrscheinlich nicht nur meiner, sondern von vielen, vielen Musikliebhabern weltweit und auch beliebt bei sehr vielen Toningenieuren in Tonstudios und in Rundfunkstationen, speziell in England bei der BBC. Das Traditionsunternehmen kommt aus England, ist einer der wenigen Hersteller, der überhaupt noch in England fertigt. Das Besondere an HABETH ist, dass das keine Schnellschusslautsprecher sind, die irgendwie nach irgendwelchen Budgets produziert werden, sondern über Jahre lang mit verschiedensten Toningenieuren in aufwändigen High Sessions designed werden. Die P3 ESRSE ist das günstigste und kleinste Modell im HABETH-Programm. Es ist ein geschlossener Lautsprecher, sodass Sie halt auch die Möglichkeit haben, den sehr bandnah zu platzieren. Die Besonderheit dieser Lautsprecher liegt zum einen in dieser Radialmembran, die speziell von HABETH entwickelt wurde und auch nur in den HABETH-Lautsprechern zum Einsatz kommt und zum zweiten an der Gehäusekonstruktion, die im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern darauf ausgelegt ist, den Gehäuseklang mit in den Sound einzubeziehen. Ich kenne derzeit in diesem Preisbereich und auch weit darüber kaum einen Lautsprecher, der so ausgeboren und natürlich klingt wie eine HABETH. Die garantieren absolut stressfreies, ermüdungsfreies Hören, insbesondere wenn Sie ältere Scheiben hören aus Soul Classic mit Aufnahmen, die vielleicht nicht so besonders gut sind, die auf vielen modernen Lautsprechern heute einfach nicht mehr so schön klingen. Das ist bei einer HABETH nie ein Problem. Es klingt halt immer musikalisch, immer natürlich. Da ist nie irgendein nerviger Ton. Und aufgrund dieser Qualitäten setze ich die HABETH selbst auch sehr, sehr gerne im Tonstudio ein und mache sehr viele Mischungen auf diesem kleinen Monitor. Von der Anforderung, was die Verstärker angeht, durch den sehr linearen Impedanzverlauf können Sie die HABETH mit sehr, sehr vielen verschiedenen Verstärkern betreiben. Ist da völlig unkritisch, unproblematisch. Auch mit verschiedenen Röhrenverstärkern klingt der Lautsprecher sehr, sehr gut. Und durch seine geschlossene Bauweise besteht die Möglichkeit, sich auch sehr wandnah zu platzieren. Optimal spielt die P3 auf Ständern von der kanadischen Firma Skyline, die wir in unserem Studio auch mit anbieten. Wenn Sie einen Lautsprecher für einen kleinen Raum fürs Leben suchen, der Sie immer begleiten wird, der von Soul bis Pop über Rock alle Arten von Musik stressfrei spielen kann, dann führe ich Ihnen diesen kleinen, wunderbaren Lautsprecher gerne mal in meinem Studio vor.